Freitag geht es bei Softwarearchitektur im Stream um technische Schulden. Technische Schulden sind ein fundamentales Konzept, um sich dem Problem anzunähern, warum Softwaresysteme eigentlich schlechter wartbar werden, je länger man an ihnen entwickelt. Und die Idee ist, dass man eben an irgendeiner Stelle Schulden aufnimmt, dann später diese Schulden zurückzahlen muss. Man macht also erstmal etwas, was schneller geht und dann wird es später irgendwie schwieriger und wenn man eben zu viel Abkürzung nimmt, dann wird das System unwartbar. Ich werde zeigen, warum diese Metapher meiner Ansicht nach falsch ist, warum das gerade nicht so ist und wieso man diese Metapher dennoch braucht, gerade zur Kommunikation mit Management, welche Alternativen es gibt in der Kommunikation und wie man mit technischen Schulden so umgehen kann, dass am Ende Systeme doch wartbar bleiben. Ich freue mich auf zahlreiche Beteiligungen, viele Fragen, viele Kommentare. Vielleicht sehen wir uns ja am Freitag. Bis dahin!